Jetzt, Leute, jetzt losst es mal zu. Mein Gesang ist wohl ein wenig alt. Es ist aber denen schick nur, ich moin, dass es ihm alles gefällt. Es war es, sei, in Nazareth hint, ein Mann, der sich Josef hat genannt, so brav, wie man ihn nicht oft dann findet und wie man es nicht gleich so kennt. Er hat als Zimmermann gelebt und kein Geld war freilich nicht da. Mit der Arbeit hat er es erhebt, dass er auch gerade so fortgemacht hat. Es wird gewesen sein, wie es heute auch noch ist. Man hat halt oft gerade so zu tun. Wo er gebaut wird, dann hat man es alles gewusst. Sonst ist der Verdienst immer klar. Ein richtiger Mensch, der richtet sich sein und hält seine Kreuzer beieinander. Naja, das muss einmal sein, das sagt dann schon der Verstand. Der Josef hat es wohl auch so gemacht und hat nie nichts und nichts verloren. Denn, bei ihm es richtig betracht, sind Stware auch kein Heiliger geworden. Ehre auch kein Heiliger geworden. Ich weiß nicht, Wer war gar der Bursch, liebe Leute? Wie heißt er? Wie hat er sich geschrieben? Wir wissen es nicht bis auf heute. Es ist uns kein Ausweis nicht geblieben. Du lüftiger Bursch auf der Reis. Du hast wohl kein Pfennig, kein Geld. Und bist du der reichste, ich weiß. Bist du der reichste auf der ganzen Welt. Führ dich Gott, schwing nur deinen Hut. Die darf kein Standard originieren. Dir ist unser Herrgott was gut. Bei dem wirst du gewiss nichts verlieren. Jetzt sind wir in Bethlehem drin. Was wird da jemand alles geschenkt? Was haben sie da alles im Sinn? Es leideln, wir werden es noch schon sehen. Dio Dio Iri 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 Dio Iri Dio 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 D